Martijn, willkommen zurück! Sie haben den Norden nach Vimoutier vorgerückt. Die Deutschen sind ziemlich gut eingekesselt. Bei uns ziehen sie sich Richtung Chambois zurück. Was sind die schlechten Nachrichten? Wir werden nach Chambois vorrücken. War irgendwie abzusehen, aber er hat es gut verpackt. Das ist Selbstmord. Wir haben nicht genug Männer. Mit so einem Rückgrat ist es ein Wunder, dass sich euer Volk ergeben hat. Es geht nicht um Rückgrat. Mit größter Wahrscheinlichkeit ist der Major Ingram tot. Scheiß Wahrscheinlichkeit! Wenn es auch nur eine winzige Chance gibt, dass er lebt, hole ich ihn raus. Sie gibt es nicht und sie werden auch getötet. Nicht nur ich, Franzose. Doyle kommt mit mir. Na los Doyle! Wir machen das, auch wenn wir allein dabei sind. Ich weiß nicht, was sie da sagen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich spreche auch kein Französisch. Ist jemand von euch verstanden? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Die Geisel, Le Hormé, Frankreich, 20. August 1944, 6 Uhr. Keith, ist Ihnen endlich ein Rückgrat gewachsen? Wir können es nicht zulassen, dass auch Sie und Doyle noch fallen. Nett, wie Sie sich um uns sorgen, Franzmann. Oh! Oh, aber ich bin hier hinten drin. Oh! Weil es geht! Weil es geht, nehmen wir den LKV auch noch mit. Was haben wir noch? Oh, da kommen wir in der Schreize. Und jetzt? Eh, ich wollte gerade sagen. Eh, dümmster Typ des Jahres! Äh, 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 gewandert. Äh, 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 äh. Ich habe die Befürchtung, ich fahre falsch, oder? Denken Sie daran, hier, oh ja, das kann ich schon mal sinkrecht zu halten. Na gut. Okay, da war was. So schlecht sieht das gar nicht aus, ne? Ich meine, es gab ja auch keinen wirklichen anderen Weg, also eine Alternative gab es nicht. Hm. Mhm. Zur Info, wir sind da. Jetzt wissen es auch die Letzten. So. Ach, das sind unsere Leute, ja okay. Kontrollpunkt erreicht, wundervoll. Ihr Mann könnte in dem Haus da sein. Nehmen Sie Marcel, wir halten Ihre Wache. Nehmen Strotflute, okay. Ich wollte sagen, da ist die Granate. Mann, wundervoll. natürlich entsprechend macht das noch mehr ja ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen mehr pc gespielt dann ist das echt immer eine wirklich harte umstellung zumal die steuerung kann hier nicht ganz so flüssig ist also das habe ich schon 15 mal gesagt so viel spaß da kommt kein sanitäter mehr da hilft auch kein sanitäter mehr das war unspektakulär das war die falsche richtung für entdeckung im bart ja das hat funktioniert ich wollte gerade sagen die matratze von vom beck gerissen aber die die stand hier vorher schon ich glaube das ist keine gute idee oder eine matratze als feuerschutz zu nehmen kommt der den weg so gucken wir mal was ist denn durchsuchen sie das haus nach major ingram das heißt hier gibt es einen geheimen durchgang oder was geheim raum kein keller geheimeres dachgeschoss direkt im zugang entfügt nicht besser lieber mit dem repetiergewehr durch wobei eigentlich ist es ja schon ganz gut im nahkampf mit dem maschinen der maschinenpistole wahrscheinlich auch die granate mitgerissen hat er auch eine granate mitgerissen hoffe ich und nicht mexikanisches essen vielleicht halten sie in diesem keller da das war tatsächlich mal ganz hilfreich respekt das war doch nicht in den kopf wurde in den kopf getroffen da braucht keiner mehr hilfe wein 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 wenn wir das irgendwo bestimmt hier unter dem es gibt einfach natürlich dachte jetzt ist unter einem fass oder sowas in einem gang aber nein was macht ihr mit dem wein also juckt die fresse in Form von granaten aber nicht mitgerechnet was ist das denn mit dem spiel ich kann nicht ich kann nicht ich kann nicht mit dem weg also scheiß auf den weinen es gibt genug wein offensichtlich entschuldigung ich hoffe das war nicht zu laut im mikrofon der tödliche schuss ins knie rücken und halten wir bringen sie hier raus die sind cool geblieben obwohl sie die ganzen schüssel im raum davor gehört haben folgen sie den franzosen folgen sie den franzosen wieder vergessen die deutschen halten noch eingefangen schon erledigt wir haben vorher ein paar marquis vom feuertrupp auf unserem weg hierher gerettet der deutsche der mich gefoltert hat sagte was von drei nichts von einem feuertrupp ich muss mich daran gewöhnt immer zu den leuten zu gucken die gerade quatschen glaubt dann ist ein bisschen leute lauter und ich da schon wieder fahren so einen nervösen finger oder was da 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 okay gucken wir mal schauen wir mal jetzt können das jetzt hält das still sehr gut ich werde auch in die andere richtung auf das tor zum glück und praktisch sichern sie das haus kontrollpunkt erreicht ich war ein bisschen von den bombern abgelenkt auch nicht so gut ne also es lief jetzt nicht ganz so rund ich glaube er hat genauso viele probleme klar zu kommen wie ich gerade ja wenn ihr auch probleme habt einfach abonnieren das hilft hilft auch bei nicht vorhandenen problemen so wie es das bild von der kamera schon wieder berücksicht ja guckt auf das spiel nicht auf mich sowieso spannender denke ich hoffe ich ich frage mich mussten die audioaufnahmen so schlecht sein weil speicherplatz zwei playstation 3 ist auf der blu ray ich weiß nicht wie lange ich es noch aufgehalten hätte ja weiß ich auch nicht na los noch weitere häuser zu durchsuchen folge wird dann wohl heißen hausdurchsuchung hausdurchsuchung ich schaffe das noch ich schaffe das noch ja wieso bis hierhin geschafft es ist wieder soweit das vorwärts ist dann ist das doch bestimmt man ist es nicht ok gut ich dachte mit wenn er eins vorwärts ist dann ist rückwärts rückspiegel habe ich leider nicht habe mich wird schon interessieren was da gerade kam ja auch früher sagen können ich war so fixiert darauf den soldaten mitzunehmen nach rechts ach so da war noch die markierung direkt da an der ecke dann dachte ich ja ok gut da ist das ziel aber nein das war nur die kreuzung da gab es die nächste anweisung mitzunehmen das andere rechts hat alle das war ein bisschen unglücklich das ist doch vor der kug ja geht nicht das war jetzt rechts da war da ging nix da war nix mit rechts die guckerei nochmal so danke ich finde hier allgemein also den sound von dem was die so sagen irgendwie sehr leise gefühlt und die qualität echt schlecht aber es sah sehr lustig aus wie ich den typen gerade erwischt habe der jetzt haben wir so eine erdmännchen haltung eingenommen hat denken sie haben ja ist mir doch wurscht ich denke das war das falsche rechts egal wir nehmen es trotzdem es scheint einen bogen zu geben nach rechts nach links nach links zu früh nach links nach links nach links Tatsache, der parkt hier. Zum Parken muss ich hier rein. Was denn? Ach komm. Jene, die die gegnerische Armee hilflos machen, ohne es zu einem Kampf kommen zu lassen, sind die wahrhaft forttrefflichen. So, und der eine, der jetzt hier in der Ecke saß, der hat alles geändert. Ich finde die Musik gerade sehr schön passend. Was denn jetzt? Unentschlossen? Na, ist ja mal in der Küche. Nein. Wobei, ich glaube, gerade um nochmal auf die Matratze von vorhin zurückzukommen, ne? Ich glaube, im Foto, äh, äh, so die Projektile abzuschwächen, ne? Die müssen ja da durch, ist das vielleicht gar nicht so dumm. Weil er rumgeschrien hat. Magie? Magie? Ach ne, in einem anderen Haus. Sie haben mein Leben gerettet. Ach doch. Im Bad eingeschlossen war er. Na los, noch weitere Häuser zu durchsuchen. Einer noch. Ein Magie noch. Treffen Sie Ihren Trupper im Jeep. Finden Sie den dritten Marquis? Muss ich nicht mehr fahren, oder was ist los? Na, okay. Gründe. 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 Na, ja, so ein schönes Tor zum Durchballern. Ja, doch nicht eine Brücke, oder sowas. Ich hab keinen Bock, den Controller senkrecht zu halten. Wäre bitteschön, ich hätte den Controller bitte die ganze Zeit so bei mir spielen. So. Niemand. Mich eingeschlossen. In niemand. Boom. DDDDDDD Ist das Kabel rausgerutscht? Egal, ich ziehe es raus und drücke X. Nein, ich drücke es die PLAYSTATION-Taste und dann drücke ich X. In dieser spannenden Sekunde, egal genügend Zeit das Däumchen nach oben zu drücken, So, jetzt ziehe ich mich wieder zurück, damit die anderen Maunerad haben. Mann, ich habe doch Viereck gedrückt, damit du die aufhebst und nicht, damit du sie nachlädst. Dann doch das Ding jetzt streut. Auf die Distanz überhaupt keine Chance, dann doch wieder lieber repetieren. Genau, ich schmeiß da nochmal Granaten um euch rum. Warum auch immer, hier ist gar nichts mehr gewesen, da war nur noch ich. Oh, da ist gefährlich, da ist Feuer. Niemals ins Feuer laufen, Leute. Hashtag Bildungsauftrag. So. So, ich dachte, ihr habt euch da hingesetzt und trinkt Kaffee. So. 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 So ein bisschen lustig. Der hat sich jetzt mit seiner eigenen Granat umgebracht. Richtig guter Mann. Würd mal sagen, so verliert man Weltkriege. Versteckte sie unter dem Bett, oder was? Magie! Magie! Ja, warte. Auch nicht. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Hier, wahrscheinlich. Wahrscheinlich geht diese blöde Tür gleich auf. Ja, sag ich doch. Oh, hast du dich versteckt? Was ist das für ein Zimmer? Ein Doppelschlafzimmer. Feuer! Wir müssen weg! Ja, das Feuer ist schon länger da. Bin trotzdem reingegangen. Trottel. Seh. Oh nein. Wie ist das, Mario? Kommt der denn her? Jetzt müssen wir zu Fuß, ja. Jeep ist ja, doch nicht, da steht der Jeep. Da steht der Jeep. Ja, dann kommt mal her. Jo, für euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wahrscheinlich nicht mehr, meine, die Mission ist jetzt gleich zu Ende. Aber vorher seht ihr vielleicht noch mal meine Künste im Jeep fahren. Hier sind meine Künste noch mal im Jeep fahren. Gehen wir zurück zum Hof. So, irgendwas passiert auch hier bestimmt noch. Kann man nicht vorstellen, dass jetzt einfach hier vorbei ist und alles ist toll und gut. Mit mir kommen! Ist los! in der mutter den wireless controller sind recht ich nicht es ist wieder dieser stuhl schon wieder voll abgesagt ja verstehe warte warte bleiben wir kurz gestehen so haben wir durch gehabt wieder irgendwo ein hund kläfft kehren sie zum trupp zurück die sind aber auch noch nicht beschäftigt hier würde ich sagen wir kommen auf der party jungs rauche munition haute das ist ja gerade so richtig diesen band of brothers charakter und bin hier ein paar crocs zu töten ihr schießt mit eurem md 42 auf dieses gebüsch das ist egal das gebüsch hält das aus das ist ja wirklich so ne wir kommen um die ecke oh da sind 100 deutsche egal wir sind zu fünft dann machen wir jetzt schon kein problem das ist die lage wir müssen das ist lang hier links oder rechts neue sie gehen vor in der welt heute was los Oh! Ah, sie hat einen Sprengsatz angebracht, okay, 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 ich hab gedacht, das müsste ich selber machen. Ja, nehmt die und tschüss. Was quasi zur Hölle wurde? Was ist denn jetzt die Aufgabe hier? Kehren sie mit dem Trupp zurück und helfen sie bei der Verteidigung. Ja, okay. Äh, warte. Nur gut. Okay. Was ist denn hier passiert? Flugzeug oder was? Bomben? Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau. Tschau.